Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kirschenmännle. Kirschenmännle ist ein fränkisches Auflaufgericht und kann als Haupt- oder Nachspeise verzehrt werden. Das Pendant mit Zwetschgen nennt sich Pflaumenmännle. Für 4 bis 6 Personen Hauptspeise oder 8 bis 10 Personen Nachspeise werden folgende Zutaten benötigt. Auflauf 1,5 kg Kirschen 900 g entrindetes Weißbrot 0,25 l Vollmilch 0,25 l Schlagsahne 4 Eier 90 Zucker 10 g Vanillezucker oder eine Packung Vanillezucker Butterflocken MSP Zitronenabrieb Prise gemahlener Zimt Prise Salz Auflaufform 1 Esslöffel Butter Weizengrieß Folgende Utensilien werden benötigt. Auflaufform Sieb, Schüssel, große Schüssel, Obstensteiner, Messbecher, Küchenwaage, Backgitter Zubereitung Vorbereitung Alle erforderlichen Zutaten genau abwiegen bzw. abmessen und bereitstellen. Die Auflaufform mit Butter einfetten und mit Grieß ausstreuen. Das Backgitter auf die untere Schiene geben. Das Weißbrot in grobe Stücke reißen, in eine Schüssel geben und mit der Milch übergießen. Das Backrohr auf 180 Grad Celsius vorheizen. Auflauf Die Kirschen unter Heißwasser abbrausen, auf ein Sieb zum Abtropfen geben und danach entsteinen. Das eingeweichte Brot zwischen den Händen ausdrücken, in eine große Schüssel geben, mit den Gewürzen, Zucker, Salz, Eiern und Schlagsahne gut vermengen. Die Früchte unterheben und diese Masse in die gefettete Form geben. Den Auflauf mit Butterflocken belegen, in den heißen Ofen geben und etwa 45 Minuten backen lassen. Als Beilagen eignen sich Zimt und Zucker Diese Varianten gibt es Pflaumenmännle, weitere süße Aufläufe mit Kirschen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!